An die AllatRa-Familie AllatRa ist Liebe, AllatRa ist Licht, AllatRa ist der Schild, der niemals zerbricht. AllatRa schenkt uns Wärme, schenkt uns Glückseligkeit, ein Verständnis von innerem Frieden zu dieser Zeit. AllatRa ist das Feuer, das tief in uns brennt. Bei AllatRa ist niemand voneinander getrennt. AllatRa ist die Familie, die uns alle vereint. Und hiermit ist die gesamte Menschheit gemeint. AllatRa gibt uns allen das Wissen zurück. Bei AllatRa verbreitet sich Harmonie, Menschlichkeit und das Glück. AllatRa ist der Klang, der unsere Seele tief berührt. AllatRa ist der Weg, der uns nach Hause führt. Danken wir jetzt Gott, indem wir ihm dienen, ihn und nur ihn aufrichtig lieben. Er, der uns den Tröster hat geschickt, der jeden sieht und tief in unsere Seele blickt. Danken wir dem Geist der Wahrheit, der in uns wohnt und uns alle mit der Ewigkeit belohnt. Ich danke euch allen und vor allem danke ich Igor Michalowitsch Daninov von tiefster Seele und ganzem Herzen. Ich wünsche euch allen ein frohes Weihnachtsfest der Liebe und vor allem viel Glück, Harmonie, Frieden und Liebe und geistlichen Wachstum im Jahr 2022. Danke euch.